Jaja Gabor Er hat damals Jaja Gabor geheiratet und seitdem ist er der Prinz von Hollywood. Und als solcher ist er wirklich in die Analen eingegangen. Deswegen freuen wir uns ganz besonders, dass er heute bei uns ist. Frederik von Anhalt, herzlich willkommen. Männer sind Soldaten, die müssen kämpfen. Ach ja wirklich? Aber kämpfen Sie in Amerika? Bitte? Kämpfen Sie in Amerika? Ja, ich kämpfe in Amerika. Wofür kämpfen Sie denn in Amerika? Für alles, für Trump. There you go. Ach, für Trump? Ja, ja. Ach so, ja. Da sind sie ja beispielsweise immer hier. Und der Trump wird Präsident. Meinen Sie? Und die Leute müssen sich daran gewöhnen, der Trump wird Präsident. Erstens mal... Dann haben wir den nächsten Krieg. Ach, das ist ja alles dummes Zeug. Das ist ja alles dummes Zeug. Nein. Im Gegenteil. Im Gegenteil. Wir brauchen einen cleveren Geschäftsmann, der keinen Krieg macht. Wir brauchen gar keinen. Wir brauchen jemanden, der Deals macht, der verhandelt. Wir haben ja niemanden, der verhandelt. Wir haben Weicheier. Wir haben tatsächlich Weicheier in Washington. Da wird nicht mehr gedealt. Da wird nicht mehr gemacht hier von wegen hier Schnauze aufmachen. Das gibt es einfach nicht. Wir brauchen einen neuen Präsidenten. Wir brauchen einen Außenseiter, der mal Geschäfte macht. Auch mit den Chinesen. Die Chinesen, die nehmen wir uns alles ab. Wir müssen die Chinesen stoppen und sagen, hey, bleibt draußen. Geht zurück nach China. Amerika war das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Das Land, wo Honig fließt, Manna. Das ist Amerika. Und so war es in der Zeit, wo ich rübergegangen bin. Und das ist es heute nicht mehr. Und deshalb brauchen wir uns. So, und jetzt darf Barbara mal eine Frage stellen. So, wir wollen ja gar nichts. Ich wollte nur mit Ihnen gar nicht die politische Diskussion aufnehmen. Tja, aber Sie haben ja angefangen gelegt. Ja, das stimmt. Ja, okay. Ich muss ja den Mann vertreten. Das ist doch mein Mann. Ich will ihn nur drin haben. Ja, ja, natürlich. Wir nix das Ihnen ja gar nichts. Wir wählen ja mehr. Warum sind Sie nicht in der AfD? Nein, wir wollen nicht. Nein, wir brauchen Sie nicht. Das ist keine politische Diskussion hier. Wir wollen eigentlich mit Ihnen eine leichte und unterhaltsame Welt des Artes. Untertitelung im Auftrag des Sieg.